Alle, die neu zu schalten, vielleicht haben Sie aber auch schon die Sendung geguckt. Wir haben gerade Edward Snowden angesprochen, hat mal keine Zeit mehr zu in der Sendung. Vielleicht sagen Sie noch ein Wort dazu, wie zuversichtlich Sie sind, dass er vielleicht sogar Asyl bekommt außerhalb von Russland, vielleicht sogar in Deutschland. Also ich finde, dass diese ganze Asyldebatte für mich persönlich zum Beispiel in die ganz falsche Richtung geht. Denn wir brauchen ihn hier in Deutschland nicht als politisch Verfolgten oder so, sondern wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wichtig und wie auch missionskritisch er als Zeuge in einem Prozess gegen die NSA und Helfershelfer der NSA beim millionenfachen Bruch des deutschen Grundrechts ist. Und als solcher ist er extrem wichtig, denn er ist der Einzige, der bisher versucht hat, der Öffentlichkeit zu helfen, zu verstehen, was dort passiert. Und das betrifft uns ja alle. Also von daher, diese ganze Asyldebatte ist nur eine Ablenkung, damit man nicht über die wirklichen Wege, die man hätte, reden muss. Und ich glaube, dass wir hoffentlich, sobald diese Untersuchung jetzt mal anläuft, vielleicht dann auch genug Druck aufbauen können, dass die Bundesregierung sich dazu etwas umentscheidet. Wenn man schon zweimal gesagt hat, dass er kein Asyl bekommt, dann hat man nicht gelogen, wenn man ihn irgendwann als Kronzeugen einlädt. Also auch das lässt ja eine Tür offen. Und so könnte man es vielleicht betrachten. Ich finde auch schon die Erklärung, man würde ihm kein Asyl geben, in einem Rechtsstaat völlig unangemessen. Denn es gibt einen Prozess, in dem man Asyl beantragt. Dann wird der Prozess läuft dann, dann wird die Aktenlage überprüft, die Sachlage überprüft. Und dann wird von einem Richter eine Entscheidung getroffen, ob Asyl gewährt wird oder nicht. Diesen Prozess komplett auszusetzen und ohne Ansehen der Person und der Sachlage vorneweg zu entscheiden, dass er auf keinen Fall Asyl bekommen würde, ist nicht einem Rechtsstaat angemessen. Ich meine, die Diskussion gerade ist ja wirklich, schlägt ja unglaubliche Wellen. Wie betrachten Sie das eigentlich auch nach der Erfahrung, die Sie auch mit Wikileaks gemacht haben und das, was Sie ja auch schon ins Rollen gebracht haben? Wie schauen Sie jetzt auf Edward Snowden? Bewundern Sie den? Beneiden Sie den vielleicht auch für den Erfolg? Nee, also beneiden, ich glaube, ich wüsste nicht, warum man ihn beneiden sollte. Ganz im Gegenteil, eigentlich hat der größte Teil der Welt ihn komplett hängen lassen. Und das ist was, wofür wir alle uns schämen müssen und nichts, worum wir ihn beneiden sollten. Ja, und ansonsten bin ich ihm extrem dankbar. Ja, also ich freue mich sehr, dass er diesen Schritt getan hat. Ja, manchmal hoffe ich, dass auch die Arbeit, an der ich beteiligt war in den letzten Jahren, dazu beigetragen hat, dass er und vielleicht auch andere Leute der Meinung sind, dass sie da was tun können, dass das Bewusstsein von Whistleblowern vielleicht geschärft wurde. Ja, aber Neid ist das ganz falsche Wort. Er ist in der schlechtestmöglichen Situation im Moment. Und der Rest der Welt freut sich, dass wir alle hier eine Sau nach der anderen durchs Dorf jagen können, dass wir Titelseiten haben ohne Ende. Aber im Endeffekt gehen wir halt trotzdem lieber nach Hause, setzen uns vor den Fernseher oder machen irgendwas anderes, aber wir verändern nichts im Moment. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Was denken Sie denn, was noch kommen könnte, auch vielleicht an Informationen, die durchs Noten noch an die Öffentlichkeit kommen? Na, ich glaube, dass das alles noch viel weitere Kreise zieht. Also wir sind ja auch ganz am Anfang. Es gibt ja regelmäßig Berichte darüber, welcher Prozentsatz dieser Dokumente mittlerweile publiziert ist. Ich glaube, es dauert im Moment bei der aktuellen Geschwindigkeit noch 47 Jahre, bis alle Dokumente quasi publiziert sind. Wahnsinn. Ich hoffe, dass diese Salami-Taktik auch irgendwann aufhört. Und ich hoffe, dass das nur im Moment eine Strategie ist, damit wir alle an dieses Thema noch rangeführt werden und man das ein bisschen am Kochen halten kann. Aber im Endeffekt, das, was wir gesehen haben, ist, glaube ich, die Spitze eines Eisbergs. Jeder relevante Mensch auf dieser Welt ist Subjekt dieser Überwachung, bin ich vollkommen überzeugt. Jeder, der auch nur halbwegs irgendetwas zu bieten hat. Es gibt keine ökonomischen Kosten mehr dafür, jemanden unter Überwachung zu stellen. Ob das einer ist oder 100, macht überhaupt keinen wirklichen Unterschied. Ich würde das sogar noch weiterziehen. Ich glaube, das ist gar nicht nur, dass man heute eine Brille von WS-Relevanz auferlegt, sondern wie du schon gesagt hast, es gibt gar keine Grenzen mehr. Das heißt, es gibt zum Beispiel heute eine Jugendgeneration, die als erste, seit es Menschen gibt, komplett überwacht und abgespeichert ist. Und das sind ja jetzt nicht nur ausländische Geheimdienste, die, was wir so auf Facebook chatten, irgendwo abspeichern. Wir müssen ja auch von Überwachung innerhalb von Deutschland reden, wo vielleicht deshalb die Politik sich so wenig aufregt, weil es auch jede Menge Überwachungsgesetze gibt seit den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland, die dafür sorgen, dass wir auch als Deutsche in Deutschland permanent überwacht werden. Und das ist etwas, das gab es vorher nicht. Dieses Ausmaß an Überwachung. Und das würde ich mir zum Beispiel erhoffen von der Debatte über dieses Snowden Leaks, dass wir nicht nur über die bösen Amerikaner oder die bösen Briten, also die bösen irgendwo da ganz weit weg reden, sondern dass wir auch diese ganze Denke infrage stellen. Muss man ein ganzes Volk überwachen und pauschal verdächtig erklären? Das Interessante ist aber ja, dass viele, wenn man so Umfragen macht auf der Straße, haben wir auch schon gemacht, oder Meinungsbilder hört, dass ganz viele Bürger das Gefühl haben, das tangiert sie gar nicht richtig, nach dem Motto, das, was ich so tagtäglich erzähle, chatte, maile, das kann ruhig jeder lesen, das ist nicht so schlimm. Also das sind, glaube ich, zwei Probleme, die dem zugrunde liegen. Und das erste Problem ist, dass es extrem abstrakt ist, sich vorzustellen, was mit diesen Daten Schlimmes passieren kann. Also dieses alte, ich habe ja nichts zu verstecken Ding. Aber da können wir historisch sehen, dass das ganz oft auch andere schon dachten und die sind damit ganz schlecht gefahren. Und auf der anderen Seite ist es da der Umstand, dass wir, glaube ich, selbst in Deutschland und auch darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass wir heute in einer Situation sind, in der es großen Teilen der Bevölkerung schlecht geht. Und zwar so schlecht, dass die Debatte um einen Abhörskandal schon fast wie Luxus erscheint, wenn man mit ganz anderen existenziellen Problemen zu kämpfen hat. Und was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, dass diese 80 Prozent oder so unseres Landes, die profitieren würden davon, dass es ein freieres Internet gibt, weil es sie auf Augenhöhe mit allen anderen bringen könnte, weil sie besseren Zugang hätten zur Bildung, zur Kultur, weil sie sich mit mehr Menschen austauschen könnten und weil es ihnen Perspektiven eröffnet, dass diese Menschen, für die diese Debatte heute Luxus ist, verstehen, dass sie eben kein Luxus ist, sondern dass diese Debatte und das Thema darum ihnen helfen könnte, die Welt gerechter für sie zu gestalten. Und das ist so schwierig zu vermitteln, weil dieses Internet auf der einen Seite so abstrakt ist und was das dann für die Menschen wieder bedeuten kann, so schwer damit in Zusammenhang zu bringen ist. Ich glaube auch, es gibt noch einen dritten Grund, nämlich, dass für viele Menschen noch nicht verstanden wird, dass bestimmte Dinge, die wir in dieser Offline-Welt kennen, wie diese Fotokiste unter dem Bett und solche Sachen, dass die sich heute digital abspielen. Und für ältere Menschen, die sagen, aber meine Fotos sind immer noch auf Papier, dass die nicht daran denken, dass sie Kinder und Enkel haben, bei denen das nicht so ist. Wenn man diesen Menschen erzählt, was viele ja gar nicht wissen, dass unser Grundgesetz zwar ein Post- und Fernmeldegeheimnis hat, dass es aber eine Ergänzung gibt, das sogenannte G10-Gesetz, das erlaubt, dass 20 Prozent der Internetkommunikation ohne Grund, ohne Anlass, pauschal vom BND angeguckt werden dürfen. Das ist genau das Gleiche, als wenn man sagt, jeden fünften Brief von der Post, der Papier kommt, schlitze ich auf und gucke, was drinsteht. Wenn man das tun würde, wäre die Revolution in Deutschland im Gang. Aber die Leute stellen den Vergleich nicht her und oft wissen sie es auch gar nicht. Das mit diesen 20 Prozent, jede fünfte E-Mail darf man öffnen und lesen ohne Grund, das wissen viele nicht. Und da muss auch viel Aufklärung einfach noch geleistet werden. Dazu hat hier im Chat auch Johannes Kehrmann, so nennt er sich, oder heißt er auch, eine Frage, ob Sie wissen, ob Sie vom Geheimdienst belauscht werden. Also, nee, wir wissen es nicht. Also, mich ruft ja keiner an und sagt mir Bescheid. Auch das ist ein Riesenproblem bei dieser Sache, denn es hebelt eigentlich das Recht auf Verteidigung in einem Rechtsstaat aus. Ein Grundpfeiler eines Rechtsstaats ist, dass Ihnen jemand sagt, wenn man Ihnen etwas vorwirft, dass Sie ein Verfahren bekommen und dass Sie auch sich ordentlich vor diesen Vorwürfen verteidigen können und sich quasi Ihren Namen freigesprochen bekommen. Und das ist nicht mehr gegeben, denn niemand wird Ihnen mitteilen, ob Sie überwacht werden und ob Ihnen irgendjemand vielleicht etwas unterstellt. Also, Sie haben keine Möglichkeit mehr, das irgendwie aufzuklären. Und jetzt in meiner persönlichen Situation oder in unserer Situation würde es mich extrem wundern, wenn das niemanden interessiert. Dazu machen wir zu viele Dinge oder unterhalten uns zu oft auch gerade über das Thema hier. Und wie gesagt, es gibt ja diesen ökonomischen Penalty nicht. Es kostet niemanden was. Das ist ein Häkchen, das irgendwo gesetzt werden muss, damit wir auch mit auf irgendeine Liste landen. Da entsteht niemandem ein finanzieller Nachteil durch. Da muss niemand jetzt eingestellt werden, der irgendwo sitzt in einem Zimmer und irgendwie im Schichtbetrieb da was macht. Und somit gibt es gar keinen Grund, das nicht zu machen. Aber es gab auch eine Zeit in 2010, wo wir das schon an einigen Sachen zumindest das Gefühl hatten, dass das so ist. Da hat sich unser Handy permanent komisch verhalten, wenn man in die Nähe der Wohnung kam. Die Festnetznummernanzeige war seltsam und hat völlig willkürlich Sachen angezeigt, die mit der Nummer, von der man angerufen wurde, gar nichts zu tun hatten. Und das alles sind zumindest Hinweise darauf, dass da irgendwelche Eingriffe stattgefunden haben. Hättet ihr denn mal Tipps, was man konkret gegen die Internetüberwachung tun kann? Das fragt nicht nur Reden, Handeln. Der wichtigste Tipp wäre, sich politisch zu wehren und Druck auszuüben, weil das wäre der beste Schutz, wenn wir vor der eigenen Politik geschützt werden durch politische Maßnahmen im Inland, aber auch im Ausland. Darüber hinaus kann man natürlich selbst im Umgang einiges verändern. Man wird sich niemals völlig schützen können. Man kann aber das Risiko senken und den anderen das Leben schwerer machen. E-Mails verschlüsseln zum Beispiel, Festplatten verschlüsseln, bestimmte E-Mail-Provider überhaupt nicht benutzen oder bestimmte Dienste nicht benutzen. Google zum Beispiel kann man vermeiden. Man muss nicht mit Google suchen. Man kann mit Startpage.com suchen. Aber Sie sagen gerade verschlüsseltes Handy. Ich meine, Merkel hat ja sicherlich auch ein verschlüsseltes Handy. Handy habe ich nicht gesagt. Das ist nämlich noch was anderes. Handy ist viel, viel schwieriger und für die meisten Menschen komplett unerschwinglich. Ein sogenanntes Kryptofon kostet über 2000 Euro und es kann nur dann verschlüsselt telefonieren, wenn man ein anderes Kryptofon anruft. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass die Verbreitung hoch ist, sonst ist es total sinnlos. Wenn alle anderen Verwandten, Bekannten, Freunde das gar nicht haben. Deshalb hätte Merkel auch damit gar nichts anfangen können. Möglicherweise. Also zumindest nicht flächendeckend. Hier wird gefragt, Herbin fragt, mit der Gründung der Piratenpartei wurden ja viel Hoffnung geweckt, dass das Internet als Medium in der politischen Meinungsbildung hilft. Wo stehen wir denn da heute? Sie sind ja beide aktiv bei den Piraten. Ja, also wir sind mitten im größten demokratischen Experiment, das meines Wissens nach bisher lief. Also so begreife ich diese Arbeit in der Partei. Es gibt ja, auch das ist kein Geheimnis, extrem viele Ecken und Enden, an denen es ständig klemmt oder an denen auch diskutiert wird oder gestritten wird. Aber das ist Teil eines Experiments, das einfach auf einer ganz anderen Dimension läuft, als wir das bisher so kennen. Und dazu gehört natürlich auch die Beteiligung über Online-Mechanismen. Da sind wir im Moment sehr stark in dieser Debatte zur sogenannten SMV. Das ist die ständige Mitgliederversammlung, in der nach Möglichkeiten gesucht wird, wie wir auch parteiintern quasi verbindliche Abstimmungen über das Internet machen können, bis zu welchem Grad man das machen kann, welche Vor- oder Nachteile das hat, inwiefern man damit auch einen Wahlcomputer baut. Also all das sind ja ganz wichtige Themen, aber ich glaube, das sind halt mittelfristige, sehr strategische Themen, die irgendjemand bearbeiten muss. Und das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir damit durch sind, die dann aber mit den Erkenntnissen, die sie bieten, für ganz viele neue Formen von Beteiligung, Möglichkeiten und Erfahrungswerte bieten. Vor allem muss man bei Beteiligungen differenzieren. Also viele denken bei Bürgerbeteiligungen, dass es nur um das Entscheiden geht, das ankreuzend Ja oder Nein irgendwo. Das ist dann auch diese Thematik mit dem möglichen Online-Abstimmen. Aber sehr, sehr oft ist Bürgerbeteiligung einfach nur ein konsultorisches Meinungsbilden, das Einbeziehen von den Meinungen der Menschen da draußen. Und da gibt es Sachen, die die Piraten zum Beispiel schon machen in über 46 Parlamenten auf Landes- und kommunaler Ebene. Das nennt sich openantrag.de. Da können Bürgerinnen und Bürger, die müssen überhaupt nicht Pirat sein, die können also einfach so einen Vorschlag machen, an die jeweiligen Vertreter auf kommunaler oder Landesebene der Piratenpartei, einen Antrag in den parlamentarischen Prozess einzubringen. Das Stellen von Anträgen, von Anfragen, kleinen und großen Anfragen, ist ja ein politischer Mechanismus im Alltag, um Informationen zu bekommen, Finger in politische Wunden zu legen. Und diese Möglichkeit, die wollen wir eben nicht nur als Parlamentarier haben, sondern wir wollen da wirklich Volksvertreter sein, im engsten Sinne des Wortes und Anträge, die von draußen kommen, als Sprachrohr des Volkes in diesen Parlamenten stellen. Und das geht, wie gesagt, jetzt schon. Sie beide kriegen gerade ein großes Kompliment von Online-Test. Offenbar sind Piraten doch nicht nur Bekloppte. Ich meine, interessant ist ja... Da gibt es noch ganz viele andere, die nicht bekloppt sind. Das ist vielleicht im Moment noch ein bisschen schwierig. Aber interessant ist ja, obwohl dieses Thema so virulent ist, also eben Spionage, Abhörskandal, Datensicherheit, haben die Piraten ja bei der letzten Bundestagswahl wirklich ein katastrophales Ergebnis nach dem Höhenflug zuvor erlebt. Woran liegt das eigentlich, Ihrer Meinung nach? Naja, du hast ja viele Gründe schon genannt, dass das Thema für viele Menschen in Deutschland kein prioritäres Wahlkampfthema war. In dem Moment, wo es darum geht, kann ich die Miete noch bezahlen, wie entwickeln sich die Strompreise, was ist mit Hartz IV? Da haben wir zwar auch politische Antworten auf diese Fragen, aber die waren in der Wahlkampfzeit nicht so relevant. Sondern wenn uns Medien mal gefragt haben, waren das diese Überwachungsthemen. Und die waren halt für viele Menschen auf der Entscheidungsagenda nicht so weit oben, weil man vielleicht auch das Ausmaß oder die Wirkung auf die Demokratie unterschätzt hat. Letztlich kommt es nämlich dann auch bei sozialen Fragen wieder an, aber das ist für viele zu weit weg. Da müssen wir, glaube ich, noch länger da sein. Wir brauchen einen langen Atem, so wie die Grünen in den 80er Jahren. Das dauert eine Zeit lang. Die auch mit Stricken übrigens angefangen haben. Ja, die auch mit Stricken angefangen haben. Das reklamiere ich auch nicht für mich, dass ich das war. Ja, aber es ist schon so, dass die Grünen in den 80ern für eine bestimmte sehr starke neue politische Entwicklung in der Zeit standen und wir jetzt für eine andere politische Entwicklung in einer ganz bestimmten anderen Zeit stehen. Wir sind also eigentlich, glaube ich, die einzige Partei, die wirklich sich für die digitale Gesellschaft aufgestellt hat. Das geht natürlich nicht über Nacht und erzeugt Reibereien. Aber die nächsten, wir sind aus dem Land Brandenburg, wir haben 2014 drei Wahlen in dem Land und da zeigen wir, dass wir es besser können. Da bin ich überzeugt, dass Sie das zeigen. Warum wird Whistleblowing, möchte Jean-Marie gerne wissen, Ihrer Meinung nach eigentlich so stark verfolgt? Na ja, eigentlich ist das eine relativ einfache Sache, glaube ich. Also jeder Whistleblower legt sich ja mit einem bestimmten Mächteverhältnis, wenn man so möchte, an. Und dieses Mächteverhältnis, das hier exponiert wird, das vielleicht unmoralisch handelt, vielleicht ungesetzlich, sogar je nachdem, das möchte natürlich ja gar nicht exponiert werden und wird natürlich möglichst viel Druck aufbauen, um den Whistleblower in irgendeiner Art und Weise zu verfolgen. Vielleicht sogar so viel Druck aufzubauen, dass gar keiner erst zum Whistleblower wird. Und es werden natürlich auch extrem viele Hebel, politische Hebel in Bewegung gesetzt, um zu verhindern, dass wir in Deutschland hier einen Whistleblower-Schutz bekommen. Und das kann man in der Vergangenheit ja extrem gut sehen. Es gab ja schon sehr viele Initiativen. Keine dieser Initiativen hat es geschafft. Und das lag zum einen an Druck von außen. Und das liegt zum anderen aber auch einfach an dieser Unwilligkeit unserer Parteien, miteinander zu kooperieren, selbst wenn man mal der gleichen Meinung ist. Einfach nur, weil man einer anderen Partei nicht helfen mag. Und in vielen Fällen ist das zwar lächerlich und ein bisschen doof, aber in diesem Fall ist es einfach nur tragisch, denn es verhindert, dass wir einen ganz wichtigen Mechanismus etablieren könnten, der längst überfällig ist und der uns auch sicherlich heute helfen könnte, einige Missstände in unserer Gesellschaft zu vermeiden oder beseitigen. Ufi fragt, dürfen die Domscheit-Berks noch in die USA einreisen und würden Sie sich das trauen? Nein. Also die Diskussion stellt sich bei mir nicht. Ich war 2003 das letzte Mal in den USA und fand, dass damals schon Fragen an der Grenze gestellt wurden, die ich sehr befremdlich fand. Bei der Einreise? Bei der Einreise, ja. Ich war da mit einem Kumpel zu einer Konferenz und die wollten wissen, seit wann ich den kenne und wo wir uns kennengelernt haben. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle das spielt und fand das wirklich sehr unangenehm. Und von daher habe ich 2003 für mich beschlossen, dass es eigentlich so viele andere Länder gibt, in die ich reisen könnte, dass das Reiseziel USA nicht mehr auf dem Plan steht. Und mit der aktuellen Entwicklung, es gibt den Patriot Act 2, ich könnte irgendwo verschwinden, man würde mir niemals einen Anwalt zeigen, es gäbe niemanden, der irgendeine Handhabe hätte, um aufzuklären, wo ich mich befinde. Und so hypothetisch das ist, das ist kein Rechtsstaat. Und warum soll ich so etwas unterstützen, indem ich da noch Urlaub mache? Mit Wikileaks wurden Sie ja damals auch zum Staatsfeind der USA praktisch erklärt. Aber was ist eigentlich mit Open Leaks, fragt Marco Maas. Kommt da noch was? Das ist ja die Plattform, die Sie nach Wikileaks gründen wollten. Ja, an der wir gearbeitet haben, ja. An der Sie gearbeitet haben. Vielleicht können Sie kurz noch erklären, was das überhaupt noch aktuell ist. Ja, also die Idee dieser Sache war, dass wir aus der Lektion, aus Wikileaks heraus auch dachten, wir möchten das weiter dezentralisieren. Wir möchten im Idealfall, dass jedes Medium oder jede Organisation, die die Öffentlichkeit aufklärt oder für die Aufklärung der Öffentlichkeit arbeitet, dass die auch eine solche Plattform unterhalten können. Und wir haben daran ja auch einige Zeit gearbeitet. Wir haben 2011 dieses Projekt für fünf Tage mal live gestellt und wollten, dass einige Leute sich das angucken, mal testen, ob es da irgendwelche offensichtlichen Probleme gibt. Das hat aber im Zuge dieser Trennung und dieses ganzen Dramas um Wikileaks zu so viel Ärger geführt. Und da wurde mit so viel Dreck geworfen, immer wenn man den Kopf mal aus der Deckung gehoben hat, dass das eine sehr frustrierende Erfahrung war. Und wir haben dann, also sowohl ich wie auch einige andere, einfach die Prioritäten ein bisschen verschoben und an anderen Projekten gearbeitet. Es gibt ja immer viel zu tun. Die Piraten sind für mich persönlich auch ein bisschen so ein Projekt, aber auch andere technische Projekte. Sie sind Geschäftsführer der Piraten in Brandenburg. Ein politischer Geschäftsführer, genau. Und im Moment ist das einfach ein bisschen auf dem Abstellgleis geparkt. Es juckt mich und auch alle anderen ständig in den Fingern, weil diese Plattformen ja nach wie vor extrem wichtig wären und wahrscheinlich auch in Zukunft immer wichtiger werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir mit der NSA-Debatte jetzt aktuell an einem Punkt sind, wo wir erst mal über gewisse Reparaturen an grundlegender Infrastruktur sprechen müssen, bevor man dann wieder solche Applikationen im Internet verwenden kann. Denn sicher ist das alles im Moment nicht so wirklich. Und wir müssen über ganz grundlegende Dinge da sprechen. Dazu fragt auch nochmal Tommy hier im Chat, wäre Snowden, also apropos NSA in Deutschland sicher? Wäre Snowden in Deutschland sicher? Also ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass in Deutschland jemand heute einfach durch einen ausländischen Geheimdienst verschwunden lassen wird und der auf einmal nicht mehr da ist. Ich glaube, das würde, ich würde mir hoffen, dass das in der heutigen Zeit einfach so leicht nicht mehr funktioniert in Westeuropa. Es gibt aber ein Auslieferungsabkommen. Genau, das ist die andere Seite. Da wird die Frage wahrscheinlich in die Richtung zielen. Und ich hätte vor zwei Wochen noch gesagt, vielleicht doch lieber ein anderes Land, gerne auch in Europa. Aber die Gefahr in Deutschland wäre schon relativ hoch gewesen. Jetzt nach dieser Merkel-Fohn-Affäre kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, dass sich die Bundesregierung politisch leisten könnte, Edward Snowden an die USA auszuliefern, an ein Land, von dem er offengelegt hat, dass dieses Land illegale Spionage zu unserem Land bis hin in die höchsten Regierungsspitzen durchführt. Man kann doch jemanden, der so etwas aufdeckt, nicht an dieses Land ausliefern. Also da würde ich sagen, wie wir vorher auch schon mal angesprochen haben, als Kronzeuge befragen, ins Zeugenschutzprogramm nehmen und alles tun, was wir als Land können, um diesem Mann Sicherheit zu geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn heute ausliefern könnte. Und das ist, glaube ich, genau der Grund, warum sich die Bundesregierung so extrem dagegen wehrt, zu verhindern, dass er auch nur angehört wird auf deutschem Boden, dann natürlich kann man den Rechtsprozess nicht außer Acht lassen. Und in dem Moment, wo er deutschem Boden betritt, würde er Asyl beantragen. Und er müsste es kriegen, denn er ist politisch verfolgt. Und das will man nicht. Glauben Sie, er hätte uns noch was zu sagen? Er hätte noch mehr Informationen? Ich glaube, wir haben, wie gesagt, wirklich fast nichts gesehen von dem Ausmaß dieser Tentakel. Es gibt ja auch zu diesem Thema schon viele Bücher, die publiziert wurden. Das ist nicht der erste NSA-Skandal. Ja, James Bamford hat zwei extrem gute Bücher geschrieben. Der Puzzle-Palast und die Schattenfabrik nennen die sich. Die beschäftigen sich quasi mit zwei anderen historischen NSA-Skandalen. Und wenn es eine Sache gibt, die sich wie ein roter Faden durch all diese Dinge durchzieht, dann, dass hier auf höchstem Niveau und zwar flächendeckend diese Infrastruktur ausgebaut wird. Und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Und dass sämtliche Regierungen da in irgendeiner Art und Weise auch beteiligt sind. Ja, wir hatten letzte Woche die Nachrichten, dass die Mexikaner sich so darüber gewundert haben, dass jetzt bei ihnen auch spioniert wird. Dass in Mexiko gibt es ein vollumfassendes Kommunikations-Spionagesystem. Da werden sämtliche Kommunikationswege, egal was man benutzt, vollumfassend überwacht. Und das ist ein System, das die Regierung Bush mit der NSA und dem damaligen mexikanischen Präsidenten gemeinsam da etabliert hat. Also wie man sich da heute wundern kann, ist mir unklar. Und all das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Es wird gelogen und betrogen, bis die Balken sich biegen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann die Möglichkeit bekommen, dass uns endlich jemand aus erster Hand erzählen kann, wie es innerhalb dieses Systems durchgeht, damit wir diesen Apparat abschaffen können. Denn das braucht keiner. In einer Welt, in der wir alle zusammenarbeiten müssen und wir gemeinsam auf diesem Planeten klarkommen müssen, ist kein Platz für einen Dienst oder verschiedene Dienste, die nur versuchen, alle anderen irgendwie zu benachteiligen. Das ist unlogisch. Und auf dieser Ebene macht es überhaupt keinen Sinn, das weiter zu verfolgen. Das ist vor allem das Ende von Demokratie und Freiheit. Und das haben, glaube ich, die Regierungen nicht verstanden, die immer noch unter dem Vorwand, Terrorismus verhindern zu müssen oder Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger herzustellen, alle für potenziell verdächtig erklären. Wir sind dann nicht mehr frei in unserer Meinung, wenn wir wissen, jemand liest jede Meinung mit, egal wo und wie wir sie äußern. Das ist also eine Erinnerung, die ich praktisch nicht nur rational habe, sondern auch emotional. Denn für mich fühlt sich das heute mit dieser permanenten Überwachung, es fühlt sich wirklich so wie damals zur Zeit der Stasi. Und das hat damals niemanden überrascht, denn es waren totalitäre Methoden, die man in einem totalitären Staat angewendet hat. Das überrascht ja nun wirklich nicht. Wenn aber die gleichen totalitären Methoden in einer Demokratie angewendet werden und Post- und Fernmeldegeheimnis und andere Dinge, die in der DDR-Verfassung auch standen, heute auch das Papier nicht mehr wert sind, auf dem sie gedruckt sind, dann stellen sich mir schon Fragen, weil welches System soll uns dann Freiheit noch sichern? Also ich möchte nicht vor fiktivem Terrorismus unbedingt in dem Maße geschützt werden, wenn meine Freiheiten dabei draufgehen. Ich möchte, dass meine Freiheiten geschützt werden. Ich möchte, dass meine Verfassung geschützt wird. Ich möchte, dass ein Verfassungsschutz genau dafür da ist, die Verfassung zu schützen. Und er tut genau das nicht. Und das ist eine Debatte, die, finde ich, ist extrem wichtig. Und ohne Snowden würden wir die vielleicht in der Intensität ja gar nicht führen. Auch nicht für das Innerdeutsche. Hier fragt Knitter, stellt euch vor, ihr arbeitet als Lehrer bzw. Lehrerin. Was würdet ihr der Jugend jetzt an die Hand geben in Sachen Medienumgang? Also das ist natürlich, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind überhaupt nicht aufgestellt hier in Deutschland für eine sinnvolle Medienpädagogik, für sowas wie Medienkompetenz. Das wird ja nirgends unterrichtet. Und ich glaube, als, also für Lehrer, glaube ich, zum einen ist es extrem wichtig, mit Kindern über sowas wie Technikfolgenkompetenz, oder Technikfolgenabschätzung zu reden. Also was passiert eigentlich, wenn ich Facebook benutze? Was ist die Konsequenz, wenn ich da heute was schreibe? Und das ist in zehn Jahren immer noch da. Wie verändert sich auch vielleicht die Persönlichkeit so, dass ich in zehn Jahren das selbst so gar nicht mehr sehe oder mir das peinlich wird? Was hat das für Folgen, dass diese Informationen überall aufgehoben werden, dass die wiederum gehandelt werden? Also all diese, die Dinge, was so die sozialen Netze angeht, glaube ich. Und der andere Aspekt, der mir auch gerade in den letzten Wochen immer wieder sehr stark bewusst wird, ist, dass wir auch im Geschichtsunterricht überhaupt nicht darüber sprechen, was in der Vergangenheit so an der Schnittstelle von Technologie und Politik passiert ist. Welche Einflüsse auch Überwachung oder Datenerfassung auch in der Vergangenheit in unserer Historie schon hatte auf die Menschen, deren Freiheiten oder vielleicht auch Unfreiheiten. Und da sind sowohl die DDR, glaube ich, ein gutes Beispiel, über das man viel aktiver reden müsste, wie auch das Dritte Reich zum Beispiel. Denn auch da gab es schon Datenverarbeitung. Und ohne diese Datenverarbeitung hätte es zum Beispiel die Verfolgung der Juden in diesem Sinne gar nicht geben konnten. Volkszählungen ohne Ende und so diese Sachen. Ja, also es gab sechs Jahre lang Juden, die gezählt wurden in Deutschland, die alle dachten, sie hätten nichts zu verstecken und die nicht sich vorstellen konnten, warum die Angabe, dass ihr Großvater jüdische Herkunft war, irgendeinen Nachteil für sie darstellen konnten. Bis jemand auf die Idee kam, einen Sechzehntel Juden zu definieren, den man auch verfolgen muss. Und all das sind, die Grundlage für all das, für alle Listen, die erstellt wurden, sind datenverarbeitende Systeme. Und wenn sowas im Geschichtsunterricht gar nicht behandelt wird, dann verstehe ich nicht, also es ist mir unklar für heute. Ist es vielleicht auch, dass wirklich vielen Bürgern die Fantasie fehlt, was alles möglich ist? Ja, es ist eine gewisse Naivität. Also da unterscheidet sich aber die Sichtweise vieler Menschen. Also meine Eltern zum Beispiel sagen, sie haben in ihrem eigenen Leben, im Leben eines einzigen Menschen, zwei totalitäre Systeme erlebt. Sie sind beide noch in den 30er Jahren geboren, haben beide noch die Nazizeit erlebt, bewusst erlebt, waren neun und zehn Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Sie haben danach die DDR-Zeit erlebt, auch mit den 50er Jahren, wo es ganz schlimm war mit Stalinismus und allem, haben die Wende erlebt. Und jetzt leben sie in einer Demokratie mit all den Schattenseiten, die ich schon angesprochen habe. Aber die sagen, wenn allein in ihrem überschaubaren Leben solche extremen gesellschaftlichen Veränderungen möglich sind, wer garantiert uns heute, was wir in 20 Jahren für eine Gesellschaft haben werden? Wer kann denn heute in der Regierung sagen, wir sammeln zwar Daten, aber wir sind so eine tolle Demokratie, wir machen damit nichts Böses, wir wollen euch ja alle nur schützen. Wenn diese Datenbanken erstmal irgendwo da sind, kann mir niemand, auch heute kein Minister Friedrich und niemand garantieren, dass in 20, 30 oder 40 Jahren niemand diese Datenbanken missbraucht. Deswegen ist der einzige Schutz vor Missbrauch, es diese Datenbanken gar nicht zu haben. Ja, aber noch ein Nachtrag, weil mir das Thema mit der Schule ist ganz besonders wichtig, denn wir brauchen ja eine Perspektive, wie wir aus diesem Dilemma mittelfristig rauskommen, dass anscheinend die Leute nicht die richtigen Dinge wissen. Und da würde ich zumindest gerne noch anfügen, dass der Chaos Computer Club eine sogenannte Chaos macht Schule Initiative unterhält. Die gibt es mittlerweile in ganz vielen verschiedenen Städten. Und im Zweifelsfall als engagierter Lehrer kann man sich vielleicht auch einfach mal in diese Richtung wenden und fragen, ob vielleicht aus dieser Community jemand an die Schule kommen würde, um einfach mal einen Vortrag zu halten. Ja, oder vielleicht, dass man so ein bestimmtes Thema definiert, das dann einen Tag lang besprochen wird oder eine Projektwoche oder irgend sowas in der Art. Und wenn das alles nicht hilft, dann muss man vielleicht uns einfach mal eine Mail schreiben, denn wir arbeiten auch mit Schülern zusammen. Ihnen dann, oder Ihnen auch. Genau, Mail kann ich ja auch bekommen, denn wir arbeiten auch mit Schülern und Schulen zusammen. Und das ist in der Tat der Punkt, wo eigentlich angesetzt werden muss, damit wir dieses Problem einfach rauswachsen lassen. Das war ganz, ganz spannend, was Sie uns alles erzählt haben. Hier schreibt auch Dagmar gerade, danke für die tolle Sendung. Es war ja für uns eine Premiere, überhaupt jetzt mal so ein Live-Chat zu machen, haben wir noch nie gemacht, auch nach der Sendung. Und von daher vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch noch länger zu bleiben, dass Sie überhaupt gekommen sind. Aus dem schönen Hafelland, aus dem Hafellab zu uns. Und ich bin sicher, wir werden Sie auch noch in vielen Talkshows sehen, weil Sie einfach die Experten im Moment sind und so viel gibt es davon ja nicht. Also toll, toll, toll beim Weitermachen und Weiterinformieren und dranbleiben und uns auch aufklären. Ich würde uns die Daumen drücken, dass dieses Thema hoffentlich bald erledigt ist und wir dann wieder weniger sitzen müssen. Das wäre ja eigentlich das, worauf wir hinarbeiten müssen. Erledigt aber nicht im Sinne von, wir legen es wieder mal ad acta, weil jetzt haben wir lange genug drüber geredet, sondern erledigt im Sinne von, das Problem ist abgeschafft. Genau, so. Ja, Anke Domscheitberg, Daniel Domscheitberg, vielen Dank, schönes Schlusswort, Dankeschön und wir sehen uns bestimmt wieder. Danke auch. Danke Ihnen fürs Mitmachen und ich bin sicher, wir werden sowas nochmal machen. Tschüss, danke.